Du kannst alleine waschen, für die Schule trägst du schwere Taschen. Manchmal kannst du sogar schwindeln, brauchst schon lang wieder keine Windeln. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Nehmen wir noch nicht seitlich, nur so kriegt die Welt dir trauerlich. Das Normale wird besonders, die Gewohnheit wird zum Schatz. Und was einmal war, wird anders, so nehmen wir Glück und Freude in uns auf dem Platz. Du kannst Messer, Gabeln, Wöffeln halten, du kannst den Fernseher einschalten, du kannst zuhören und still sitzen, mit deinem Fahrrad flitzen. Du kannst deine Freundin beschützen und einen Computer benutzen. Du kannst Wurzelbäume machen und nach dem Bössein wieder lachen.